Ja Leute, willkommen zu einer neuen Folge Fortnite mit Streetmaster2000, hallo. Hallo. Ja, und ich habe mal ein bisschen was am Mikro geändert. Ich hoffe mal, es hört sich gut an. Ich habe nämlich die Lautstärke angepasst, die war nämlich auf einmal runtergestellt, aus irgendwelchen Gründen. Habe ich direkt im Schnitt gemerkt. Naja, mal sehen. Joint auf jeden Fall auf meinen Discord-Saw, das ist überkrass. Ja, auf jeden Fall. Sie können besseren. Musste auch in deine Beschreibung tun, den Link. Ja, stimmt. Mit deiner Reichweite, weißt du, da kommen dann erst mal Millionen Leute. Da brauchen wir erst mal zehn Atmos. Auf jeden Fall. Wurde verdraren, auf YouTube. Genau. So, aber irgendwie dauert es wieder länger zum Laden als vorher, also die Updates bringen was. Auf jeden Fall. Oh. Oh. Ey, acht Sekunden. Die haben die Wartezeit in den Lobbys, glaube ich, verkürzt. Naja, dafür kann man die Ladebildschirme sich länger reinziehen. So. Wo wollen wir raufspringen? Äh, gute Frage. Tilde Towers. Ich glaube, das ist nicht so gut. Auch wenn es da gute Kisten gibt, ne? Ja. Hm. Ich weiß nicht, vielleicht Creasy Grove oder so. Ich habe aber lange kein Duo mal gezockt. Oh. Gleich wieder Skype-Nachrichten. Okay. Sturm traut sich zusammen, naja. Sicher, ich dick. Du bist immer so krass. Ja. Ja. Ja, das packt voll rum. Ich trau auf dich. Vor allem in QSG, gell? Ja, auf jeden Fall. Das, das, ähm. In Leistungwein. Das kannst du aber noch nicht fassen. Aber nur, aber nur krass. Ich glaube, ich muss E-Sportler werden in QSG. Oh, ja, auf jeden Fall. Räume ich alles ab, ey. Das wird meine Zukunft. Am besten, ich studiere dann noch QSG. Vorher. So, äh. Wo kommen wir nicht ran hier oben, ey? Pff. Hm, muss man es halt abbauen. Pff. Ja. Wie in Minecraft. Na genau. Ich brauch ein bisschen Dark Awkward hier. Pff. So mit der Spitzhacker auf jeden Fall. Na. Ah, jetzt muss ich hier oben. Wieso schweben die Items, ey? Die sollten runterfallen. Pff. Das ist was unlogisches. Pistole. Hm. Mal stehen, lieber. Na gut, was habe ich? Ich habe nur Muni, glaube, eingesandelt. Boah, das muss mal ein bisschen weiter weggehen, eventuell. Das sind Spieler. Ja. Aber warte mal, wir sind außerhalb der Zone, wenn es sich gleich verkleinert, quasi. Da müssen wir rein, dann. Ja, das dauert noch. Ja. Wir sind auf dem Top 65. Oh, yo. Mein Traum wird wahr. Ich habe mal so gewonnen. Ja. Ja. Ja, einmal. Aber, äh, im Squad oder was? Im Solo. Oh, lol. Ich habe noch nie gewonnen. Pff. Ich camp hier auch immer, ne? Ja. Wie bei Varro, äh, von Spark oder so. Pff. 40 Folgen meinen und dann den letzten abstechen. So, da hinten hier, die brennenden Ringe, den habe ich auch noch nie gesehen. Ist auch neu. Ich weiß, ich habe jetzt eine Stringbombe. Oh. Pff. Hm. Ich gehe mal hier in die Läden. Vielleicht gibt es ja hier V-Bugs für Fortnite. Für jeden Fall. Die braucht man. Ja, stimmt. Man kann ja jetzt mit einem Einkaufswagen rumfahren. Das mache ich jetzt. Und irgendwie, warte mal, Sitzplatz wechseln. Schieben. Ach so, Leertaste. Da kann man rollen. Ist ja geil. Da braucht es schon Autos, ey. Auch schon Autos. So. Das ist krass. Schade, dass man den nicht ins Inventar schieben kann oder so. In Sims, da kannst du ja auch Autos und alles ins Inventar stecken. Pff. Oder so ein Fernseher oder sowas. Pff. Ah, hier. Revolver. Wow. Ich fühle mich wie so ein Revolverheld hier. Pff. 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 So. Ah, der ist irgendwie golden. Obwohl er gar nicht so aussieht. Im Inventar. Was gibt's hier noch? Kann man hier irgendwas machen? Oh. Ich hab'n Fass abgeschossen. Ja, geil. So. Ah, jetzt wird die Border kleiner. Ist ja wie ein Captive hier, ey. Da wollten sie auch mal einen fünften Teil rausbringen, aber machen sie nicht. Nee. Machen sie nur, wenn sie wieder Patreon-Spenden kriegen, wahrscheinlich. Pff. 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 Mein Gott, ist ja voll jetzt Out. Hm. Jetzt machen sie Fortnite-Captive, ey. Pff. Pff. Fortnite-Captive. Pff. Pff. Sieht niemals heute hier ab, wie man abstorben kann. Pff. Die Tösen sind selber abgestorbt. Nein. Wir sind zu krass. Pff. Auf Ende bin ich halt eh der Boss. Ja. Wie ein Tiny in deinem Haus, ey. Was dasteht, das stimmt. Pff. Oh. Pff. Ich bin zu fett. Pff. Sei noch nicht so heftig. Pff. Ich bin einfach zu breit. Pff. Genau. Pff. Pff. Ah, nicht wie Hans Entertainment. Pff. Der hat mich richtig kräftig. Der hat Muskeln. No. Der hat Wampenmuskeln, ey. Oh, Schimiter. Pff. Ich guck mal hier hinten rein. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Warte mal, vielleicht kann ich den killen. Höh. Oh, wieso geht er nicht down? So ein Scheiß. Pff. Ja, das ist Anfängerglück von dem. Das war einfach nur gecampt. Ja. In der Natur. Unverdient. Hauptsache, Hashtag 23 Platzierung. No. Spuren, krass. Pff. Das war ruhig melden, oder? Pff. Keine Ahnung. Ich melde nie. Der hat ja geäckt. Ist gesehen. Hm. Sowieso. Ihr, der mich killt. Ich bin geflogen, habe ich gesehen. Echt? Auf jeden Fall. Na. Pff. Game out 1, ey. Wann vielleicht, ey, Tamarot? So. Wird es ja noch eine Folge, oder? Oder auch wann? Äh. Ich weiß nicht. Ich würde noch ein bisschen machen. Okay. Ich werde es dann in zwei Folgen schneiden. Ich aber auch nicht. Ich soll gleich eine 30 Minuten vorher kommen. Oh, shit. Ich werde es ja gar nicht. Pff. Aber in Modfight hast du es auch schön in den Port geschnitten. Oh, ja. Abo zur Mühe geben auf dem Gaming-Kanal. Ich weiß nicht, ob ich aufstehen muss. Hm. Wäre als letztes Üblich. Am meisten, wie möglich, gebe ich natürlich auf meinen, äh, Musik-Kanal. Ah, ja. Da gehe ich richtig ab. Na. Das ist eh der krasseste. Hauptkanal. Mussten wir jeden Tag dort Videos bringen. Pff. Nee. Klar. Wie hier denn? Musst von, äh, den ganzen Jahren bis 2000 noch, äh, Videos machen. Also quasi von 1900 bis 2000. Ich habe schon mal auf Beta gesagt. Echt? Pff. Ja. Hm. Oder zu Top 50 oder so. Pff. Ich mache einfach Charts bis 1843. Musste erst mal was finden. Mut hat auf eins. Ja. Gibt's ja kaum was von damals. So. Ich kann raus springen. Okay. Wohin? Wailing Woods oder so? Ein Barplatz. Okay. Ich war ja schon mal erkunden in einer Folge bei mir. Da habe ich ein bisschen die Wüste und so inspiziert. Desert. Na. Oh, scheiße. Okay. Ach, hier fliegen sie alle her an der Teile. Pff. Ja. Oh nein. Das ist jetzt der Nachfolger von Tilted Towers, ey. Ich habe hier aber richtig Fallschaden bekommen. Hm. Na gut, ich hatte Glück. 32 Leben. Hä, lol, als ob. Ich bin vom Baum gefallen. Hm. Was ist denn hier los? Was ist denn mit Karsten los, ey? Das sieht gar nicht gut aus, ey. Das sieht echt nicht gut aus, was der da macht. Boah, ich habe die ganze Waffe einfach. Lol. Wie sieht die aus? Muss ich in Holz fahren, erst mal. Muss ich alles erstören, oder? Ja. Ich habe auch immer Autos abgebaut mit Lucas Survive. Der hat sich immer geärgert. Der wollte ja F1 in Fortnite spielen und ich mache sie ihm kaputt. Oh, ich habe wieder F1 erwähnt, ey. Ich glaube, jetzt kommentiert er wieder. Oh. Oh. Das ist krass. Ich bin krass hier. Ich bin bei Umfeld. So, ich habe schon 100 Holz. Nur ich baue irgendwie nie. Ich vergesse das immer. Ich kann auch nicht bauen, so richtig. Hm. Ich brauche doch mal erst mal eine halbe Minute. Ich brauche noch ein Liga Treppen bis in den Himmel. Ja. Wie das nochmal schaffen. Hm. Na, wird das ja wie bei den Buddies socken, ey. Die haben immer so eine Sky Base gebaut, oder so. Das war zu Anfangszeiten, wo Fortnite gerade neu war. Was sind denn hier Gegner? Such dir mal nicht die Gegner. Ich kann ruhig wegbleiben. Bis zum Finale. Hm. Ich brauche hier keine Gegner. Aber ich? Ich brauche Action. Du brauchst ja ein... Hä? Wir müssten mal Verbände finden, oder so. Oder Medikit. Ich brauche hier nicht. Irgendwie gibt es hier keinen guten Loot mehr. Vielleicht kommt mal so ein Loot. Das reicht. Ich habe gar nichts. Ich habe nur eine Spitzhacke und... ein bisschen Holz und sowas. Ich glaube, ich hole schon mal die Baupläne raus. Ich baue jetzt hier ein Haus. Klar. So aussah auf der Zone. Genau. Ist doch egal. Ich brauche hier ein Haus, ey. Ich will mich sicher fühlen. So wie ein einziger Einsmal. Bei mir. Ach ja. Stimmt. Das waren Zeiten. Ui, ist Loot. Obwohl, da war ich gar nicht dabei. Das hat sie mir nur mal erzählt. Das war Loot für dich. Glaub ich. Echt? Na gut, jetzt habe ich auch hier so eine grüne Dings da. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Oh nein! Oh nein! Oh scheiße, der ist ja hier abgeschossen. Ich auch. Shit. Ich versuche mich noch wegzukriechen, aber das wird nichts. Und wo? Und wo kam der? Kein Plan. Ah, du bist noch da? Die Gegner nie. Oh. Was? Hä? Ey, wo ist der denn? Ach, da war der. Na, na klar. Pff. Der hat mir gerade eben auch noch nicht da. Hm. Also der hat auch noch einen Unsichtbarkeit-Hack gemacht. Nee, vielleicht ist der aus so einem Riss quasi runtergekommen. Da kann man sich ja hoch-TPen. Nee. Nee? Der ist einfach da gespawnt. Hm. Ich weiß nicht, also irgendwie mit den Portalen und so kann man sich ja TPen, deswegen... ... ist das manchmal ein bisschen merkwürdig. Na ja, dann, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da, schaut bei Streetmaster vorbei, lasst dort ein Abo da und... ... und... ja. ... äh... folgt mir auf Discord und überall. ... und abonnieren nicht vergessen, genau. Ach, das muss man schon mal anfangen müssen. Wir anfangen die Glocke. Ah ja, die Glocke. Was haben wir noch? Twitter. Facebook. Genau. Snapchat noch. Oh ja. Ich glaub, das war's langsam. Na gut. Dann tschau. Aufhol war's langsam. Na gut. Dann tschau. Ja, aber... Da...